hallo und herzlich willkommen zu einem richtig richtig fetten video das habt ihr so garantiert noch nicht gesehen der rambo hat sich bei mir gemeldet hat gesagt da war ich kurzzeitig mal im klaren drin das war eine coole sache der sagt auch hier ich hätte noch was für dich ein richtig richtig krasses ding im cw ist uns passiert und ihr dürft euch das jetzt gleich gerne mal geben das ist richtig übel also bis jetzt alles noch normal golems gesetzt magier gesetzt soweit alles safe loons hat der gegner einer cb die werden down gemacht von den magiern alles in ordnung gar kein thema so gefreeze die infernos einwandfrei golems gehen rein soweit alles okay den jump noch eingesetzt dass die halt weiter springt und jetzt kommt es gleich bitte gebt euch das die queen bleibt einfach mal da und ist einfach mal von den mauern komplett gefangen ganz ehrlich das habe ich so noch nicht erlebt das ist ein richtig epischer fail und das wäre ja mindestens ein one star geworden aber das war natürlich richtig richtig krass also vielen dank für die einsendung rambo und ja ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt so was krasses sieht man echt super super selten das war es von mir ich hoffe es hat euch gefallen bis dann ciao schau